Hörh... Hörh... Und was gibt's ein Automaten? Naja, die ist scheiße. Die kann nix mehr. Nicht auf dem Level. Und was ist das? Mein Sibir ist ja OP8. Ah Gott, das hat einer her. Da ist er ja. Das war ja easy. Das ist OP8. Wann willst du von zwei Pro-Spielern erraten? Hörh... Er droppt hat da nur ne blaue Shotgun. Und dann sind wir zwischen 30 drin? Ja, zwei... Zwei... Wie drei... Ach, da liegt ja noch eine Regeln. Kommt, das nehmen wir noch mit. So... Ach, hier liegt noch einer eins. Eiri... Schnappel. Ja, mit Sibir... Hast du auch Sibir drin? Ja, ne? Ja... Hm... Ja, das geht ja schnell. Wir haben die T-Rex besiegt. Wir stehen auf dem Tableau da oben auf Platz 1. Da sind die Schossen... Das sind die Schossen... Ja, ja. Das knüpft schon da an, wo es aufgelöst wird. Hehehehe. Ok, aber... War lang nicht gespielt? Zack... 19.02. Natürlich! Läuft Zwei Sekunden, okay echt, kein Problem Was haben wir hier? Stufe 3 Rematch Nicht abgeschlossen, ist aber besser Ne, ich glaube das kannst du immer wiederholen, war das nicht so? Achso Gab es da irgendwie so ein Arena-Match mit diesen Containern und den ganzen Leuten Der Beta SOS ist ja ruhig nur ein anderer Meiner Meinung nach war ich eigentlich durch mit allen Naja, ich denk mal schon Naja, das ist das andere Da hab ich auch, oder? Naja, das ist mit den ganzen Typen, naja das ist schon schwerer jetzt Das könnte jetzt tatsächlich tricky werden Jetzt haben wir nur ein, zwei mal auf OP-8 gemacht, weil irgendwann war das zu nervig Läuft Ah mal kommt Ah, wo ist er? Achso, ganz oben. Nein, ich bret von Gold nicht. Oder? Doch. Einzelne Nachteile sind immer mit den Abklingzeiten, mit den Gamer Spawns. So ein paar andere Team Chips. Das sind Deckungen hier ein bisschen. Okay, dann muss das auch alle Waffens wechseln. Ah ja, Knacker. Ach ja, die Goliaths, stimmt. Richtige Effekte hier ist das gut. Und das Schlimme ist halt, als Belohnung kam von oben mal nur Müll runter. Ja, das war ja mal nix. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Hey, jetzt bin ich auf dem Rennen. Hä? Wo ist er denn? Nein! Jetzt sterben wir Hehehe Äh, oh pia, ach das halt